Meine Damen und Herren, wir kommen wieder zurück. Klassikabel Garage, heute der Chefmechaniker Herr Kaufmann. Modifizierten Eurolux Kühlschrank. Die Kühlleistung hat enorm abgenommen. Jetzt kurz vor dem Urlaub. Jetzt haben wir den modifiziert mit zwei solche Computer-Metallatoren. Die werden das obere Element abkühlen. Wir haben innen die Kühlgruppen entfernt und nochmal neu mit Kühlpaste erneuert. Wir stellen das Ding, wie in dem Forum beschrieben, 24 Stunden auf den Kopf. Mal schauen, was passiert. Natürlich machen wir nur Profi-Arbeit. Das wird hier alles gelötet mit Stromschläuche. Keine Fuscharbeit, denk mal dran. Nur bei den Schuhe putzen, da kannst du Fuscharbeit machen. So, und dann wird hier noch gleich das Solarpendel montiert.